ich grüße dich zu meinem video bei david offiziell schön dass du eingeschaltet hast ja wir haben es bald wieder geschafft also von die feiertage her beginnen erst ihr wisst ja weihnachten das ganze dann der neujahrstag und die heiligen drei könige darauf muss jetzt den keks essen und die verspätungen haben leider kein ende genommen aber ich werde auf jeden fall das beobachten aber der keks ist wirklich lecker und lasst mir bitte noch eins gesagt sein egal was auch ist egal was auch kommen mag das 2024 wird bestimmt saugeil werden